Der zweite Ball für die Schwaben mit Ophori, der kriegt den Ball aber abgenommen von Anton. Anton will den Ball behaupten, legt er rüber auf Klaus. Klaus über der Mittellinie, halbrechte Position mit Harnik. Harnik wird angegangen, verliert den Ball, nein, Klaus wieder dazwischen. Könnt ihr jetzt hier rechts durchgehen, Klaus im 16er, Klaus mit links! Jaaa! Leipzig, Klaus! Felix Klaus! Felix Klaus erobert den Ball zurück, nachdem er im anderes Spiel in zentraler Position, 30 Meter von dem Tor schon fast verloren geschieht. Klaus zieht auf die halblinke Position in den 16er hinein und kann dann flach ins lange Eck abschließen. Mit Schleggenreck war da chancelos! approved geht es! есть 8 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020